Mach. Gut. Komma. Komma. Go. Robben. Vorsicht. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Papi. Und zieh mich hier auf. Lass mich. Eww. Ein Miede spüe. Ein was? Ein spüe. Ein Späer. Leit dir so. Voll so. Amerika in Englisch. Wieso? Stell sich jetzt dahinter. Da. Auf die Brücke. Die Koppel der Brücke. Tanz. Katschen. Natürlich. Springen. Hab ich doch gemacht. Natürlich. So geht's auch. Zieh dich hoch und klettern nicht seitlich an der Wand um. Hey, ich wollte aber Hand ins Seil gehen. WTF? Okay, gehen wir Hand ins Seil. Das war nicht ich. Ich wieder. Bye. Ich hör's dir an. Äh, äh. Ich durfte auch voll schauen. Ich hab nur noch einen Balken. Jetzt musst du wohl doch deinen Akku reintun. Du hast auch nur einen Balken. Ja, aber trotzdem. Du hast wenigstens ne Möglichkeit, dass du noch was machen kannst. Naja, das geht schon noch. Ähm. Du hast noch eine Stunde, oder? Ja. Ja. Das schaffen wir, wenn wir uns beeilen. Danke. Schönen Punkt. Geh weg. Ich fühl nochmal, das schaut so lustig aus. Nein, schau. Wie viele Punkte brauche ich hier? Ein paar? 200. Noch was? Ja, ein paar halt. Das wenn ich kenne. Ah, scheiße. Äh. Was zum? Zieh mich mal hoch, bitte. Ja. Ja. Warte, vielleicht kommt der rein. Ähm. Da kann man lang gehen. Hier läuft. Vielleicht finde ich hier gerade eine neue Herausforderung oder sowas. Ja, überleben, oder? Den Balken vielleicht. Ich bring der mal runter. Nein. 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 Okay, suchen wir einen Weg. Oh. 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 Nein. Sie müssen mir den ganzen Scheiß wiederholen. Stöhnen mir nicht nach. Ach. Das Ding da oben haben wir doch eh schon, oder nicht? Ja. Das ist doch. Äh. Die Räume streichst du durch die Gegend. Wo lang? Da. Joa. Nein, ich muss mich hoch. Klar, das geht. Was? Lass mich. Oh. Was zum? Vielen Dank. Ich hätte mich vorhin auch umbringen können. Sollte ich ja eigentlich nicht so. Ja, ein Stück zurück. Danke. Sollte ich sowieso machen am Anfang. Vorsicht. Turzik, du kannst nicht mal. Ja, jetzt bist du natürlich tot. Plötzlich. Nicht so wie gerade vorhin, wo ich hier war. Ich weiß, wo du im Bild rennst, geht es auch da durch. Wie das ausschaut. Hast du den Hormen gerade gesehen? Ja. Das ist ein Punkt. Dann. Das ist ein Punkt. Mir geht es gut. Wohin? Bein. Ey. Nein, wir haben keine Punkte genommen. Miau? Ich muss es wieder bekommen. Sult. Elvi und Sult. Elvi. Der Kampf war halt so geil. Lass mich wieder da nochmal brauchen. Ich bin es nicht. Wer ist es dann wohl? Ich meine nur. Da ist jetzt eh die ewig lange Katzen da. Oder was ist das? Der Kampf war halt so geil. Miau. Ähm. Hallo. Kann man auch richtig. Dürfte ich wohl... Nachcheck, aber ich bin weg. Du, wegen dir kann ich nicht weg... Ich will auch schon. Oh, ich will auch schon. Wieso müssen eigentlich immer meine Punkte drauf gehen? Falls nicht. Das ist einfach nur unfair. Du kriegst die irgendwie auch schneller. Wenn du wirklich da bist. Sag mir mal ein paar Gegner, ich will dich fest, den da haben. Ja, Marcel, hast du die... Dings da noch? Die was? Das Teil zum Aufladen. Ich mein, den Akku. Dürfte doch da hinten liegen. Warte mal, wie lang filmen wir hier. Oh, Cut.